Da steht das coole Stück jetzt. Machen wir mal einen Trockentest, bevor wir ihn auf die Rennstrecke lassen. Einschalten. Und das gehen. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Alles klar, hervorragend. Ab geht's auf die Rennstrecke. SoGT45-Fleutens. Rennstrecke. Ansatz laksähnungen. SoGT55-N Pumpala. SoGT55-N Pumpala. SoGT55-N Pumpala. SoGT55-N Pumpala. SoGT55-N Pumpala. SoGT55-N Pumpala.